Musik 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 Geht der Whitehill-Typ mir auf den Sack, oder? Kehn, abschneiden, alles, jungen, drauf pissen am Ende. Was ein Wichser, kann den Typen nicht leiden, ne? Musik 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 La года Musik 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 Er weiß nicht. Er weiß nicht. Er weiß nicht. Er hat 1,000 Recherchen durch die Garten gesehen. Er kennt dich besser als du denkst. Er sagt, du hast gegen den Norden gewählt. Er sagt, du hast für den Norden mit den Forrestern gewählt. Du warst da? Bei den Twins? Ja. Ich verstehe noch nicht. 3,000 Menschen, und nicht nur ein, könnte meine Brüder schützen. Warum nicht jemanden schluchten? Warum nicht sie mit ihrem König? Niemand erwartet. Eine Minute wir trinken und erzählen, und die nächste... Die Fräse cutt uns offen. Die Brüder. Die Brüder nicht gegen den Robben, so sie ihn in den Backen schluchten. Sie können ihn nicht sogar sagen, dass er eine Honorable Death ist. Er hat ihn sterben, gegen die Brüder. Ihr Brüder hätte gewonnen, die Norden. Er hat er gewonnen. Er war gut. Er war gut. Er war gut. Jetzt die Fräse commanden Riverrun, und die Pultons sind die Norden, nach dem sie getan haben. Das ist nicht richtig. Sie haben mich gebrochen. Sie haben mich gebrochen. Sie haben mich gebrochen. Ich denke, wenn ich da bin, ich hätte getan haben. Ich denke, wenn ich da bin, Aber die Wahrscheinlichkeit, ich hätte auch sein können. Whatever ich damals gedacht habe, mein Platz ist hier. Mit dem Liedswatch. Entschuldigung. Gehen Sie? Nein, du kannst nichts tun. Ich weiß es, ich weiß es. Ich kann nur einfach nicht ignorieren. Kein good kommt von dem anderen zu tun. Die meisten Männer sind kriminellen, verletzten zu nehmen. Du warst ein Schwier für eine noble Haus. Was für dich heute passiert hat mich mehrmals als ich kann. Ich weiß, es ist nichts mehr wichtiges als die Brüder du glaubst. Ich fühle mich gleich an, am ersten Mal gesehen. Für mich. Ich fühle mich die gleiche, am ersten Mal gesehen. Ich habe das gehört, dass du ein Ranger bist. Warum? Why? Why risk your life out there? I want to protect House Forrester. You'll protect them by doing your duty here. Not many recruits want to be Rangers. They'd rather stay here where they think they'll be warm and safe. But Mance Raider marches on the wall with 100,000 Wildlands. I've seen them for myself. The men here are murderers. Thieves, rapers. You won't like most of them, and they won't like you. But they're your brothers now. Can you stand with them? Can you see past your differences? I'll stand with them. Glad to hear it. I'd say you'll get used to the cold. But you won't. Come on. Better get by a fire, or you'll end up like Frostfinger. Oh, God. Oh, God. I'm here. Where are you? I'm here. Where are you? Uh... Oh... Ich bin hier. Es bedeutet, dass du die Lannisters servierst. So, du bestest dich zurück zu deinen Chambern. Und ich meine, jetzt, wenn du nicht möchtest, kannst du es mit der Kommander sein. Kann ich nur noch ein bisschen länger bleiben? Bitte? Du nicht hörst mich? At ease, Lucan. Die Frau ist mit mir. Ja, Sir. Gut, was sind die da all so aggressiv drauf? Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht mit dir. Du hast mich überrascht. Was hast du für? Nichts, Lady Mira. Ich möchte nur einen Schilder. Ich habe mich überrascht. Ich bin sorry, Mirra. Aber du hast einen Schwenk von den falschen Menschen gemacht. Eine Handmaidin sollte sie wissen. Was? Was bist du? Ich mache das schnell, wenn das hilft. Ich würde dich verletzen. Help! Let her go! Fuck you! Oh mein Gott! Du? Was? Was? Was ist passiert? Was war das? Was sieht es aus? Er versucht mich zu töten! Warum würde er das tun? Was machst du hier? Ich höre ihn. Du hast was, Lady Meera. Du hast keine Wahl. Ich muss zurück, jemanden kann mich sehen. Ich nehme ihn. Ich weiß ein paar Plätze in Fleebolten. Keine Ahnung will ihn. Ich nehme ihn. Keine Ahnung. Ich werde nicht sagen. Alles okay, Sir? Damian, wo sind Sie? Ja. Oh Gott. Behalten wäre Quatsch gewesen. Oder? 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 Dann geht'sen. Es ist schon seitdem wir uns treffen. Ja. Als ich Sie, Sie und meine Brüder haben fast begonnen. Ihr Vater wollte ihn für Ihre kleine Freundschaft. Das war ein lange Zeit. Kannst du sprechen? Roderick... Ich bin hier weil... Ich weiß, wie schwer die letzten paar Tage für Sie und Ihre Familie waren. Ich weiß, dass meine Sprachen wahrscheinlich nichts für Sie. Aber sie sind alles, ich habe. Danke, Gwyn. Entschuldigung, Roderick. Ihr Bruder hat das nicht verdient. Neither von ihnen verdient. Entschuldigung. Ich weiß, dass mein Vater auf den Reihen benutzt. Aber ich glaube, Sie verdient etwas von ihm. Ich weiß, dass es wenigstens ist. Aber wenn ich Ihnen das... So Sie mit Ihrem Vater verabschieden? Ich will admit, dass seine Methoden oft oft verabschieden sind. Aber er ist nicht verabschiedet, Ihr Bruder. Ich schaue ihn nach ihm. Aber... Was? The other day, er sagte etwas, was mir machte mich Angst. Er fragte mich, ob sein Vater stirbt, weil er ein Coward ist. Er fragte mich, ob er wirklich ein Thief und ein Trader, wie mein Vater sagt. Er fragte mich, aber... Ich dachte, Sie sollte wissen. Rian ist stark-willed, wie mein Vater war. Er wird nicht verabschieden. Ich bin sicher, dass du richtig bist. Aber er fühlt sich... Er fühlt sich... Er ist alleine. Er ist für seine Familie. Aber jeden Tag, mein Vater sagt ihm, dass sie nie kommen werden. Dass sie ihre Brüder über ihn haben. Und mit jedem Tag, diese Worten beginnt zu sein, wie die Wahrheit. Ich werde ihn zurückkommen. Er wird wieder mit seiner Familie sein. Du sagst ihm das? Natürlich. Aber was, wenn du wirklich willst, Rian nach Hause bringen? Diese Krieg hat sich zu Ende. Du kennst das. Wir müssen nicht als enemies sein, Roderick. Hallo, Gwyn. Es ist gut zu sehen, Talia. Ich hoffe, ich kann auf Ihre Aufmerksamkeit. Roderick... Du solltest deine Mutter sprechen. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin dann. Sie sollen sie her. Aber ich kann sie zu Hause führen. Ich bin dann. Sie können alle anderen. Ich bin dann hier. Sie sollen uns überrascht. Sie wollen uns wissen, dass alles in Ordnung ist. Es ist passiert. Es ist jetzt wieder passiert. Ich kann es sehen. Mein Vater war damals mighty, wie dieser. Aber seine Loyalität zu den Targaryens kostet uns sehr viel. Ich habe gesehen, wie viele unserer Kinder fallen. Ich habe unsere Lande verletzt. Alles, was wir verletzten, wurde von unseren Händen. Ich kann es nicht sehen, dass das gleiche Leben bevor diese Familie. Unsere Haus. Meine Kinder. Ich werde das nicht passieren. Ich werde das nicht passieren. Ich werde das nicht passieren. Sie müssen uns bereit sein, Roderick. Ihr Körper wird verletzt, aber dein Gehirn muss sein wie Iron. Du lässt nichts stehen in deinem Weg, verstehst du? Wenn du die letzte Wighthill-Hil zu den Baben in ihren Händen... Sie müssen es tun. Ich werde das nicht tun. Ich werde jemanden, die in meinem Weg stehen. Ich werde alles tun, was es braucht. Ich werde mich bereit sein. Ich werde mich bereit sein. Wir werden bereit sein, Mutter. Meera, Asher, sogar Garrod. Sie alle mit uns stehen. Wir sind stark. 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 Vielen Dank. Wir sind stark. Ich war konglich. Ich Bravo. Wir sind stark. Ihr wart. Maue ich bin ... He stood up to Ramsey Snow. He saved our sister's life. And paid with his own. He was only a boy. We honour Lord Gregor Forrester. My husband. My love. And our Lord, Ethan. My sweet little boy. But now is time to say goodbye. Father and son are returned to the earth. To the ice. And from their sacrifice, new life begins. Iron from ice. Iron from ice. Ouch. To the ice. Damn it. He's wind pizza. I love you. I love you. Yes! I love you. I love you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Father, brother, I've sworn, I've sworn To guard this rest you've earned I'd bear my neck to will in pain And swim the shivering sea Pain slavers pain And crimson rains To bring Ethan back to me Snow grabbed me from my mother's grasp To claim me as his prize Ethan freed me from Ramsey's clasp The rival's locked eyes Fight on, fight on Ethan the brave Old gods bear steel with you Our lord, my twin, a hero's grave So iron grows anew Still iron grows anew What's going on? Roderick, you have to do something Lord Whitehill's son has arrived Grif Whitehill means to torment us Nothing worse than a forthborn with something to prove It was bad enough when it was just the soldiers We can't live with them under our roof Form up and follow my lead You'll be taking your vows You too, Tuttle Time to start proving you're a brother Oh, the things we do for family I wonder sometimes if it's worth it All the sacrifices Enjoy the wedding How much further to Meereen? A few days If the Lost Legion doesn't catch up to us first No I overheard a couple of men whispering about The Lannister Guard They're questioning people Is there anything else we need to be worried about? What was that?